Hallo, Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Steigen Sie ein, wir machen eine kleine Reise runter in die Minen von Xardas. So, meine Damen und Herren, weiter geht's, wir gehen wieder rein. Weiß gar nicht, wollte ich überhaupt wieder rein? Ich hab keine Ahnung. Was hab ich denn im letzten Part gesagt? Wollte ich reingehen, oder? Guck mal, hier ist Lava. Aber, na okay. Wollte ich wirklich nach unten gehen? Wahrscheinlich schon, ich war ja auf dem Weg hin. Aber, ach komm, dann machen wir es einfach. Dann gehen wir eine Runde, wow, was ist jetzt los? Dann gehen wir eine Runde in die Mine und schaffen mal ein bisschen was. Muss ja auch irgendwie mal sein. Und gucken, dass wir möglichst viele Materialien da mitholen. Hoppala. Oder sollen wir mal wieder ein bisschen hier dran weiterarbeiten? Weil normalerweise ist das relativ vielversprechend. Alter, was ist denn los? Gott. So. Gibt's ja gar nicht. Hossa, den nehmen wir mal mit. Warum sage ich eigentlich in letzter Zeit so oft Hossa? Das verstehe ich irgendwie nicht. Dann machen wir hier mal den ganzen Kramschrein, den wir hier nicht brauchen. Dahinten kommen Feinde. Fuck. Und allen voran ein wild gewordener Creeper. Uh, fuck, was ist hier denn hier eine Wand, ey? Scheiße. Alter, wieso leckt das heute so oft, ey? Was ist denn das? Wow. Wow. Lässt der hier Lava? Alter, Alter. Moment. Machen wir mal zu. Zack. Lässt der hier Lava rausquellen? Ey, was soll der Scheiß denn? Romo. Scheiß Creeper. Alter, geh weg. What is that? So. Ich bringe mal wieder einen Fackel hin. Das nehmen wir mal wieder mit, das Zeug. So. Alter, kommt da Lava runter. Naja. So. Darf ich nur keinen Creeper mehr reinsprengen? Was haben wir hier bei der Minier gemacht? Egal. So, alles klar. Wo gehen wir hin? Oh, keine Ahnung, ne? Wir könnten eigentlich überall hingehen. Das Ding ist so scheiße riesig. Da oben ist eine Spinne. Ach, komm, wir gehen mal hier runter. Ne, da haben wir... Ah, da hab ich schon zugemacht. Da hab ich auch schon zugemacht. Oh, hier unten ist schon Feierabend. Da waren wir schon überall. Kommt auch, Spinne. Die spinnt die Spinne da. So. Wieso ist hier zu? Da kann ich doch noch weiter. Und hier war ich auch noch nicht. Zack. Wieso hab ich denn dazu gemacht? Naja, ist auch egal. Nehmen wir erstmal das hier mit. Oh, da ist auch schon überall zu. Moment, da war doch noch ein Spinnennetz. Genau. Nehmen wir hier mal rüber. Denn hier gibt's... Kohle. Ähm... Problem... Ah, scheiße! Ah! Ach, sieh meine an. Gut, dass ich ein... Adventure-Experte bin. So. Naja, Experte ist jetzt mal wieder übertrieben, aber... Ich bringe ab und zu mal ein bisschen durch Minecraft durch. So. Alles klar, dann machen wir das jetzt hier. In der Hoffnung, dass mich jetzt kein Creeper wegsprengt, während ich hier nach oben blicke. Aber ich bin einfach mal so mutig und lasse meinen Blick erhoben. Und baue die ganze Kohle ab. So, da ist schon ein Creeper da hinten. Hier ist eine Spinne. Hoppala! Da ist noch ein Creeper! Was machen die ganzen Monster hier, ey? Scheiß, wieder kommt der hier hoch! Blöd Mann. Ah, fuck! So. Der ist schon mal tot. Den hätten wir erledigt. Scheiße! Alter, was wollt ihr denn von mir? Ich hab nix! Ah, der geht doch weg! Prozent bei Karten Schaaf oder ein Zombie oder eine Kuh er wusste Kripp ein das ist ein Zombie das sind der Krieg bei den ich hier gerade geboxt habe Hallo Hallo Mr. Kripper was ist denn da hin was geht da ab Walter wo ist der Kripp ein ja und was machen wir auch kommt nicht rüber Kollege zack dann baue ich dir mal einen Weg Oh jetzt ist er schon weg da ist er schon runtergegangen schade die mal zum Frühstück eingeladen den guten der Zombie so alles klar hätten wir um er schiebt so dann nehmen wir hier mal alles mit so what the fuck so alles klar ist da unten sicher egal ich riskiere es hier ist sicher einwandfrei so wo sind wir denn jetzt nochmal ach ganz am Anfang hier in dem Raum alles klar so ich glaube ich hatte jetzt ewig lang gar nichts gesagt oder ich war gerade total in Gedanken Alter da da er er kommt mal eine Pause eingelegt mit dem Let's Play einfach nichts nichts mehr gesagt ja sorry Leute ich war jetzt gerade übel am Nachdenken er ja gut hatte gerade was gedacht ich weiß jetzt äh warte weil kennt ihr das wenn man wenn man nicht weiß ob man wird man gerade hä was ist äh ich weiß jetzt eben nicht weil ich ob ich jetzt gerade äh was gesagt habe oder oder nicht weil ich gerade am denken war weiß aber nicht ob ich in der Zeit auch noch geredet habe oder so ist egal ist kompliziert hat wahrscheinlich kein Schwein außer mir sowas vielleicht ist mein Gehirn auch überlastet ich bin nämlich akut untermüdet kann man das sagen ich habe auf jeden Fall zu wenig Schlaf ich habe nur 5 Stunden gepennt gut mancher würde jetzt sagen nur 5 Stunden was ich stehe jeden Morgen um 1 Uhr auf und geht's oh Nachttisch fuck alter Spaß die na gut zur Nachttisch da steht man nicht um 1 Uhr auf da Nachttisch geht's um naja 11 Uhr los oder sowas also 11 Uhr nachts natürlich was ist denn hier los so aber wenn ich einmal nur 5 Stunden Schlaf habe dann bin ich im Arsch das ist für mich zu wenig wir haben eben eine kleine Einwahrungsparty gemacht nur so eine kleine sind dann aber erst um 5 Uhr ins Bettchen gehüpft und dann am nächsten Morgen um 10 Uhr aufgestanden und ich war immer noch voll wie sonst was oh da ist direkt an der Kohle Gold Gold ist ja auch das die goldene Kohle hä ne gut kein Sinn aber Kohle ist doch schwarzes Gold oder ist das oder ist das was anderes was ist nochmal schwarzes Gold ne Öl ist schwarzes Gold oder auch ich hab keine Ahnung ist mir auch egal ich hab kein schwarzes Gold dafür aber Eisen gefunden nehmen wir mal mit na so alles klar was ist das hier denn oh schon wieder so was komisches Lava wow noch mehr Lava äh hier gehen wir mal fort hier will ich nicht hin hier will ich nicht sein äh mal gucken wir grad mal was hier abgeht was geht ab ja hier will ich nicht sein hier will ich nicht sein deswegen mach ich jetzt hier mal zu ne da machen wir mal zu zack zack und so jetzt kommt man da schon gar nicht mehr rein guck mal wie schmal der Eingang da war ähm alles klar wo gehen wir hin was machen wir da haben wir Eisen mit hallo lass mich durch Rorsch äh was ist denn hier los so alles klar das wäre geschafft dann machen wir mal hier weiter so so langsam haben wir immer mehr und mehr von dieser riesigen Halle erkundet ah fuck ich sollte mit mir vielleicht doch mal einen Bogen basteln ah jetzt explodiert er ja scheiße das war nicht so clever gemacht egal wir sind ja in der Höhle hier ist alles Wurst hier kann da sprengen weil da will es sei denn danach kommt Lava auf mich runtergefallen das ist im Normalfall nicht so gut wie wir eben gemerkt haben so was ist das da waren wir schon scheinbar wo gehen wir jetzt hin einfach mal da oben sind die ganze Zeit immer äh Spinnen und sonstige garstige Biester so du bist erstmal tot ja komm ich geh den da oben mal einen Besuch abstatten tau den mal ein über die Rübe so da wart für dich und jetzt kommt ihr zwei dran ihr scheiß Spinnen es kommt hier noch so ein du Noob es kommt hier noch so ein toter Robin Hood ey was ist denn hier ach so so alles klar ist da noch was liegt hier was ne alles klar scheiße jetzt muss ich hier wieder raus so gut äh dann gehen wir mal einfach hier in die Richtung nach links hier drüber einfach mal so hier weiter nach links so und oh ho guck mal der hat sich mal der war bereit sich zu opfern der war schnell tot oder waren wir hier schon oder wieso ist da zu jetzt komm ich aber durcheinander wieso ist denn da zu hier war ich wohl schon und hab alles gemacht aber ich komm ja trotzdem nochmal hin das ist ja blöd wenn man zu macht und kommt trotzdem nochmal da hin was soll das denn was hab ich denn da gemacht scheiße was ist denn mit dir du Honk ich töte dich jetzt erstmal und dann machen wir hier mal wieder dicht also da muss ich ja dann auch zumachen und hier geht ja gar nicht willst du dir zumachen geht nicht lass ich auf so gut auf geht's weiter wieso ist da ein einsamer Block ah ja hier standen wir ja eben schon mal dann hatte ich mir oi da geht's runter aber da war ich schon und hab zugemacht hier geht's zum Spalt gell richtig ja hier geht's zum Spalt da will ich aber gar nicht hin wieso bin ich jetzt beim Spalt auf einmal ne bin ich gar nicht oder ach keine Ahnung ist mir auch egal jetzt gehen wir erstmal da hinten den Creeper oder eher uns sehen wir jetzt oh alter was war das denn jetzt für eine Aktion du bleibst weg von mir du Creeper ok äh Mongo Junge äh ich geh mal oben das Wasser abstellen Mr. Zombie ich nehm mal zuerst hier die Kohle mit bevor ich da wieder runter flutsche ach dahinter ist Crabble so dann nehmen wir hier mal alles mit hier greift mich ja keiner an oder ne der Creeper der bleibt ganz brav da unten der will nichts von uns der will mich nur in Ruhe lassen der will oh da unten ist La bis La zu lieb da bin ich ja mal ganz heiß drauf ja ok eigentlich überhaupt nicht aber egal so dann nehmen wir hier mal alles mit ah scheiße scheiße so und jetzt so langsam müsste ich den Partner beenden ich muss nämlich auf Klo oder auf Toilette wie man so sagt so aber hier ist noch ganz schön viel Eisen das nehmen wir natürlich mit so da ich jetzt aufs Scheißhaus muss äh wartet mit diesem Part ich hoffe das Video hat euch gefallen über eine Überwertung und Feedback in den Kommentaren würde ich mich sehr freuen wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bis dahin allerwiderci tschüss tschüss tschüss